Hey, hallo zusammen. Ja, Kevin, du hast gerade den Kurs Morphisches Felderliches in der Akasha Chronik und Geistiges Heil mitgemacht. Du hast es eigentlich völlig frisch auf dem Gebiet, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Magst du mal kurz erzählen, wie es war, wie es dir gefallen oder auch nicht gefallen hat? Gerne. Zuerst mal muss ich sagen, dass ich mit dem Thema Spiritualität als solches kaum Berührungspunkte hatte. Ich habe schon einiges darüber gehört, aber die eigenen Erfahrungen haben sich da sehr in Grenzen gehalten. Ich war, ich muss sagen, ein bisschen geflasht, also sehr überrascht, positiv überrascht mit dem, was möglich ist, was man hier innerhalb von zwei Tagen erleben kann und auch tatsächlich im Stande ist, praktisch umzusetzen. Ich muss es für mich erstmal ein bisschen sacken lassen, weil es unglaublich viel, unglaubliche Sachen sind. Hat es dir persönlich jetzt was gebracht? Kannst du mit selber jetzt auch hinterher was anfangen? Mir hat es viel gebracht fürs persönliche Verständnis, warum manche Dinge so sind, wie sie sind, warum ich mich in manchen Situationen vielleicht so gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe und weiß auch jetzt Gründe zu finden in Dimensionen, in denen ich vorher einfach nicht gedacht habe und es nicht für möglich hielt. Was, glaube ich, schon eine wertvolle Sache ist. Schön. Dann mal herzlichen Dank. Ich danke. Schön, dass du hier warst. Gerne. Alles Gute. Ja, euch auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.